Und da sind wir wieder bei Minecraft Monsters, wir machen gerade diese Heat Vans und ich muss diesen Motor machen und dafür brauchen wir noch ziemlich viel von dem abgefuckten Zeug und zwar sechs Stück, soweit ich weiß. Nein, wir brauchen mehr. Hm, vier plus sechs. So. Jetzt müsste das Ganze aber richtig sein. Jep. Zack. Zwei Bars von diesem Teil. Und ähm. Vier. Vier Ten Chasing. Na. Zinn. Da. Zinn. Zinn Ingot. Nehme ich mal alles mit. Wir haben vier Coils. Das bedeutet... Ja, wir machen auch vier. Zinn Chasing. Das bedeutet... ... 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 zack zack zwei motoren so ach jetzt brauchen wir noch vier iron plates gut dass ich okay das war dumm ich hab die ja schon gemacht heat vents kupferplatten 16 stück 16 17 US left schön kann man ja auch dummerweise nichts decken die scheißteile so so und die overclock da macht man aus goldene platten machen wir noch ein hammer es ist doch jetzt nicht der ernst der ernst ernst ist auf dem klo auf jeden fall gut ich gehe ins bett und gehe dann gleich nochmal runter mir ein bisschen was an eisen holen denn das ist gerade etwas knapp und das ist ja kein eisen wir können auch gerne mal hier gucken ha was haben wir eisen zack was haben wir hier eisen weiterlaufen ein bisschen von diesem nütchen leid ein zombie der mir auf die nerven geht na gibt das zurück hier fein cool water breathing und regeneration brauche ich jetzt aber zwar nicht egal ich hab's halt so so sind brauchen wir jetzt nicht so unbedingt und dann ab wieder zurück und nach oben ich würde sagen kann ich hier mein setpack aufladen ja kann ich sogar wie cool das wird jetzt ein bisschen dauern weil ich jetzt wirklich alles an strom ziehe was ich überhaupt habe was passiert wenn ich den ausschalte wahrscheinlich nicht viel weil doch der ist schon aufgeladen die ist auch aufgeladen der ist auch aufgeladen das bedeutet alles wird jetzt gerade hier reingepunkt und da rein zack 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 so und das kann auch weg äh ach komm machen wir das einfach wieder an hat hier noch seine zeit brauche ich ja im moment nicht so was wollte ich gerade machen achso eisen genau eisenschmelzen ich hab hier noch eisen boah dümmer kann man ja nicht sein ne dümmer kann man nicht sein man hat es doch gerade reingesteckt und schon vergisst man es wieder so du kommst mal weg und zwar schön und du kommst da hin so ich brauche holz vier sticks machen wir uns mal so vier sticks und äh aha ich muss natürlich hier dran so so jetzt brauchen wir acht gold zack und damit haben wir uns die overclocked t-twents gebaut jetzt bauen wir auf jeden fall noch uran haben wir noch genug für ein zweites teil iron bars kupfer gold ja vier stück können wir auf jeden fall bauen so oder ach dann brauchen wir das nochmal kupfer block kupfer ach ne im moment haben wir dafür nicht genügend kupfer wie schade aber gold haben wir halt genügend hätten wir genügend sagen wir mal so ok dann haben wir schon mal heat vents wie schön schon mal übertaktete sogar und jetzt kommt nämlich der tricky geparkt und jetzt muss ich mich nämlich umziehen denn äh ich brauche das zeug nein ich brauche nämlich die scuba rüstung damit ich mich nicht selber vergifte beim uranium herstellen sonst würde das einfach mal krack krack machen und ich wäre tot so wie macht man das nochmal jetzt muss ich gucken uran fuel root enriched uranium uh hallo uranium ingot smelting redstone smelting also ich muss es scheinbar schmelzen ich kann es ja mal gucken noch mehr iron hier drin was passiert ah was kommt der raus das ist jetzt große frage crushed uranium okay kann man ja mal machen das kann ich nicht machen kann das ganze zeug aber da rein so funktioniert das denn jetzt mit der zentrifuge ja mit der zentrifuge funktioniert das stone dust kann noch ein bisschen was aus der kiste hier rein das war so drei cobblestone ne teile ich werde die wahrscheinlich irgendwann mal brauchen so was sagt denn die zentrifuge die ist noch am warm laufen gut hier habe ich zumindest jetzt schon 6000 drin schön zu wissen der ist voll der läuft mit einem eu per tic ja ich habe hier noch da die schuhe drin es ist nicht ganz so schön wenn die wieso braucht jetzt 3000 1000 okay Okay.